So, ja, und damit begrüße ich euch ganz ganz herzlich zum heutigen Stream am Samstag, ja, Mittag würde ich behaupten, ja es ist noch Mittag, ähm, und ja, ähm, was machen wir heute? Heute werden wir versuchen, ähm, ja, die Galaxie, beziehungsweise die Dimension zu retten. Ich glaube nämlich, dass es bei Ratched und Clank Rift Apart, äh, so langsam auf das Ende zugeht, ähm, und, ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir das Projekt nicht heute vielleicht sogar schon beenden, da es doch in schnellen Zügen jetzt aufs Ende zugeht und ich mich zugegeben ein bisschen wundert, dass wir, äh, eventuell jetzt sogar schon die, äh, stärkste Waffe im Spiel bald bauen können, ähm, die normalerweise immer erst im Herausforderungsmodus dazu gekommen ist, äh, die Ryder, aber vielleicht irre ich mich da auch und wir werden doch noch den Herausforderungsmodus angucken müssen, damit wir die Ryder sehen. Allerdings fehlen uns nur noch zwei Baupläne und der Goldpokal, ähm, der Arena, ähm, um welchen wir uns jetzt als erstes kümmern werden, ähm, und es kann halt durchaus sein, dass, ähm, ja, dann einfach schon wieder Ende ist, ne, also, das, äh, kann durchaus sehr schnell sein, dass wir das Projekt heute vielleicht sogar doch schon beenden, hätte ich eigentlich nicht gedacht, aber, naja, wenn's halt so ist, dann ist es so. Ich wechsle jetzt erstmal, damit ihr das Spiel seht, ich hoffe, das klappt jetzt, weil ich musste ein paar Sachen neu einstellen, ich weiß nicht, ob das Capture jetzt das akzeptiert, sonst muss ich, ähm, das Capture einfach einmal ändern, einen Moment, das ist aber eigentlich nicht das Problem, ähm, so, eh, voilà. Da haben wir das Capture auch schon und da seht ihr das Game auch schon. Ähm, ja, wie gesagt, das ging jetzt irgendwie alles ein bisschen schnell vielleicht für mich auch in Richtung Ende, aber letzten Endes kann ich es ja nicht ändern, ähm, aber ich sag mal so, das macht mir halt auch einfach mal so überhaupt gar nichts, ne. So, jetzt wäre es schön, wenn's weitergehen würde. Hehe, hallo. Spiel? Ah, okay. Es hat nur ein bisschen gebraucht, weil wir haben auch schon 93%, das wundert mich halt. Das ist, der Prozentsatz ist zu hoch einfach, Leute. Ich bin ehrlich zu euch, wir werden das heute abschließen. Es ist, ich glaub nicht, dass da noch was Krasses kommt. Der Prozentsatz ist zu hoch. Ich gehe davon aus, wir werden jetzt erstmal ein bisschen kämpfen in der Arena noch, dann werden wir, ähm, für die Rider, da das standardmäßig die teuerste Waffe im Spiel ist, vermutlich ein paar Bolts farmen müssen. Ähm, und ich würde gerne auf Saigasso vielleicht noch ein bisschen Raritarium farmen, sodass wir die Waffen ein bisschen weiter upgraden noch. Ähm, aber viel mehr kann ich auch nicht tun, ne. Also, wie gesagt, wir haben hier halt... Joa, find ich auch. Nö, eigentlich brauch ich beides nicht. Ähm, weil hier fehlt ja jetzt noch ein bisschen Raritarium fehlt ja noch. Wir haben das ja jetzt letztes Mal ausgegeben, weil warum sollten wir das behalten sollen? Ähm, aber vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen farmen gehen, irgendwie. Da ist halt auch die Frage, wo man Raritarium gut farmen kann, außer, ähm, auf Saigasso vielleicht, mit den, ähm, Grundwohren, ob man das hier vielleicht irgendwie noch farmen kann, oder ob man irgendwie Bolts gegen Raritarium tauschen kann, man weiß es nicht. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Goldpass. Überlebe, überlebe den wiederbelebten Mangler. Gott, das gibt aber auch richtig viele Bolts, ey. Aber das machen wir jetzt mal. Mal gucken, wie der wiederbelebte Mangler sich so schlägt wegen uns. Aua, jetzt macht er so diese Schockwellen, da muss ich noch drauf achten, ja. Da steht irgendwo, wie viele Wellen das sind. Also wird mir das verraten. Also w bırakt Ja. Ich. Duber. Du definitive. Du welles solltest – ich pissed noch nicht. Ja, hier benutzen wir nochmal die Waffen, die nicht Stufe 5 sind, die es aber auf jeden Fall auch verdient haben, noch gelevelt zu werden. Also eigentlich alle. Also dieser Mangler macht mir echt mehr Probleme als alle Gegner, die bis jetzt hier waren, ja. Ich bin genau eingeschwungen, ey. Okay. Das sieht doch gut aus bis jetzt, ja. Habe ich noch irgendwas nicht auf Level 5? Ja, hier dich habe ich noch nicht auf Level 5. Dich auch nicht. Okay. Sieg, wuuu. Nochmal 10.000 Bowls bekommen. Easy. Da fand ich die Mission auf Silber mit dem anderen Spielraum, um eigentlich zu sein. Da ist auf jeden Fall der eine in Erdung, da gibt es das Hälfte der anderen. Spion Bot. Okay, let's go. Wir machen aber erstmal weiter mit Kämpfe mit zufällig ausgewählten Waffen. Na toll, das kann ja was werden, ne. Alle Waffen und Waffen sind die Mannschaft für eine schnellen Reaktion. Deshalb, für ein Zünfer seiner Waffen, für alle fünf Eliminierungen gegen eine neue Haus. Oh, pizze. 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 Ja, interessant, dass ich unendlich viel Munition hab. Ich sag mal so, das macht es natürlich jetzt nicht so schwierig, weil hier diese ganzen Flücher hier noch rumlaufen, ne? Ich hab mit dieser Waffe noch keine 5 Gegner gekillt, weil immer die anderen den Last Hit machen, ey. Den Modus mag ich. Mr. Party-Pilz-Party hier. Hahaha. Ja, gut, okay, man konnte halt, da man unendlich viel Munition hat in dieser Mission, kann man halt einfach alles wegspannen, ne? Hm. Bis jetzt fiel ich Gold einfacher als Silber. Boah. Besiege 3 Wellen mit dem Kopf... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist nicht gut, ey. Das bleibt jetzt nicht so, oder? Ja. Wir wollen dir doch nur helfen. Ja und die dritte Rende. Ja, auf die hier muss man halt achten. Ja gut, das war jetzt auch nicht die Offenbarung. Also bis jetzt hätte man Gold und Silber gut tauschen können, finde ich, von den Herausforderungen. Also, ich fand Silber deutlich schwerer als Gold bis jetzt. Naja, aber das kann ja noch was werden. Besiege Hals-Ab-Biker bei niedriger Schwerkraft. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Schwieriger Schwerkraft ist doch... Okay, Problem ist, ich versuche mit einer Sniper zu spielen, ne. Oh, die bringt auch nichts zur Waffe. Ja, genug auf jeden Fall. Oh Mann, uah. Macht die fehlende Schwerkraft ist nicht eher einfacher? Okay, jetzt bin ich durch die Schwerkraft reingesprungen, aber... Das ist auch mit Wellen okay. Oh Mann, die mach mirёл. Okay, wie bist du in der ... Oh Mann, ich bin hier. Oh Mann! Das sind die Schwerkraft. Oh Mann! Das war's für heute. Ja, lass mich mal eben kurz die Bowls hier einsammeln mit der Schwerkraft, bevor die wegfliegen. Ja, lass mich mal wiederholen. Ja, ich sag jetzt mal, das ist halt jetzt auch nicht so. Dass ich jetzt sage, wow, ist das schwer. Ich mach's mir jetzt schwer hier. Aber eigentlich auch nicht, ne? Ja, was für ein Durchmarsch er. Was ist das? Was ein Durchmarsch. Mal gucken, was kommt jetzt. Aber irgendwie ist das auch nicht der Bot, den ich brauche. Da muss ich nochmal gucken mit euch, wo der letzte Bot hier ist auf diesem Planeten. Mhm. Ja. 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 Ja.